Servus und Hallo, hier ist der André aus dem Autoladen und ich stelle euch heute hier einen Neuzugang vor. Es geht um einen Jeep Renegade in der Limited Edition, Edition Black. Ihr seht viele Schwarzteile am Fahrzeug, wie das schwarze Jeep Logo, den schwarzen Grill, viele schwarze Elemente am Fahrzeug. Ich denke, das verleiht dem Ganzen noch einen sportlichen Touch. Bei einem 2018er Modell. Der hat jetzt gerade 9000 Kilometer gelaufen, ist ein Benziner mit Automatiktriebe 140 PS. Das heißt, man sitzt hier ein Stück höher im Auto und hat genügend Wohnfreiheit. Dadurch, dass der erst aus 2018 ist, haben wir hier noch Neuwagengarantie bis Juni 2020 und wir können euch natürlich eine Anschlussgarantie da anbieten. Das heißt, 10.000 Kilometer, das ist das Fahrzeug wahrscheinlich gerade eingefahren. Dementsprechend auch wirklich in einem neuwertigen Zustand. Der Marcel, der hinter der Kamera ist, zeigt euch das einfach mal. Hochwertige Ledersitze haben wir hier drin, das große Navigationssystem, Sitzzeit zum Klimaautomatik, alles was das Herz begehrt. Das Ganze hier mit abgesteppten weißen Nähten. Also sieht insgesamt wirklich sehr hochwertig aus. Wir haben auch schon ein paar von den Fahrzeugen verkauft. Für mein Geschmack ist das fast der schönste, so rein von der Farbzusammenstellung. So, falls ihr noch mehr Detailfragen habt aus der aktuellen Situation, ist es ja so, dass wir keine Kunden hier vor Ort empfangen können. Das heißt, bieten wir das über die Videotelefonie, via WhatsApp und FaceTime mit an. Das heißt, wenn wir da euer Interesse hier geweckt haben am Fahrzeug, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr könnt euch anschreiben über Facebook, Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. Wir haben Telefonnummern alles da. Wir haben Rufumleitungen auf die Handys gemacht. Das heißt, wer hier wirklich eine schlaflose Nacht wegen dem Auto hat, erreicht uns auf jeden Fall. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da kontaktiert. Also bleibt gesund und bis demnächst.